Sie spielen eine Schlüsselrolle im Sicherheitsbereich Santa Blancas. Seht euch Bowmans Briefing zu ihrer Befehlskette an. Um die Sicherheit kümmert sich El Muro, die Mauer. Persönlicher Leibwächter und Jugendfreund von El Sueño. El Muros kleiner Bruder ist La Plaga. Fieses Stück Scheiße. Aktiv in den sozialen Medien. Top Sicario für das Kartell. Die Jagd beginnt. Wenn wir Sueño wollen, müssen wir uns hocharbeiten. Die ersten Ziele sind Jury und Polito. Erst die Info, dann aufspüren, dann ausschalten. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Vier Personen waren anwesend, als DEA-Agent Ricky Santeval ermordet wurde. El Sueño, der Kopf des Santa Blanca Kartells. Ricky. Und dann auch noch La Jury und El Polito. Jury und Polito lernten sich in einer Staatsklinik in Chiapas kennen, wo El Polito Assistenzarzt war und wo La Jury Schwester war. Es war Liebe auf den ersten Blick. Von Anfang an waren sie unzertrennlich. Eine Liebe wie im Bilderbuch. Dann landete ein Wuchon namens La Plaga bei ihnen in der Notaufnahme. Schwer angeschossen. Eine Weile stand es auf der Kippe, aber schließlich retteten sie ihm das Leben. La Plaga war dankbar, machte ihnen Geschenke, Einladungen zu den exklusivsten Partys, sogar ein neues Auto. Und nach einer Weile machte La Plaga sie zum persönlichen medizinischen Stab des Santa Blanca Kartells. Doch das war nicht ihr Hauptjob. Jury und Polito kennen den menschlichen Körper. Sie wissen, wie viel Schmerz jemand erträgt, bevor er stirbt. Sie können eine Person wach und am Leben halten, damit sie den Schmerz spürt. Und vor allem wissen sie, wie man Schmerzen zufügt. Das tun sie in der Provinz Itaqua. Wenn Santa Blanca jemanden hat, der nicht reden will, bringen La Jury und El Polito ihn dazu. Sie brechen Menschen. Wie gesagt, vier Personen waren anwesend, als Ricky Sandoval ermordet wurde. Suenio, Ricky, Jury und Polito. Sie hielten Ricky am Leben, während Suenio ihn folterte. Nonstop. 47 Stunden lang. Sie brachen Ricky Sandoval. Dann erschoss Suenio ihn. Hey Suenio, die Sicarius haben den entflohenen Gefangenen in Kulza gefunden. Welch ein schöner Name für eine Stadt. Sie haben ihn beschützt. Sie. Das Dorf ist bei der Unidad bekannt als Zuflucht der Rebellen. Was wollen die Rebellen eigentlich? Tötet alle. Das ganze Dorf. Wind, deutlich in Zorn über Kulza und löscht es vom Antlitz der Welt. Klaro. Al rato. Der geht nicht. Magherre. Ger어 geht nicht zum Teufel. Der geht nicht. Tötet alle. Untertitelung des ZDF, 2020 Drohne fliegt! Drohne fliegt! Untertitelung des ZDF für funk, 2017 ZDF für funk, 2017 in der Leitung und Oscar Es gab viele Verruste durch das Kartell und die Grauen von Yuri Ippolito haben sie mutlos gemacht. Die Flamme der Revolution ist fast erloschen. Spar dir das, Katari. Sag einfach, was du brauchst. Das Kartell schickt bald einen Konvoi durch die Provinz. Meine Leute brauchen diese Vorräte dringend. Könnt ihr ihn für uns überfallen? Schon erledigt. Was ist denn hier passiert? Das GPS sagt, dass sie heißt Jopil. Keine Anzeichen von Kämpfen, die reinste... Das schickt bald einen Konzert. Das war's für heute. Die Drohne ist oben. Die Drohne ist oben. Die Drohne ist oben. Sie behaltet sein Umfeld im Auge. Tango markiert, aber da ist auch ein Zivilist. Verstanden. Unterwegs. Suche eine bessere Schusslinie. Roger, Ziel erfasst. Gibt Zeichen. Auf Zivilisten achten. Wir wollen niemanden untersehen. Achtet auf eure Zichte. Es sind Zivilisten im Bereich. Schieße. Wir haben sie aufgescheucht. Das war ein Zivilist, oh vollidiot. Das war ein Zivilist. Ich gehe in Position. Zieh markiert. So, verweckter! Bleib da, ich komme zu dir. Danke. Gut gemacht. Räumen wir auf und dann weiter. Wir lassen die Rebellen wissen, wo man den Nachschub findet. Sie können uns später danken. Wunder Sie? Wunder Sie! Wunder Sie? Ihr müsst ihr die Flas? Wunder Sie! Wunder Sie! Wunder Sie! Wunder Sie! Okay. Augen auf, es sind Gegner in der Nähe. Ich sehe einen Scharfschützen. Roger, ich gehe in Position. Roger, Ziel markiert. Feind markiert, da ist einer mit Maschinenpistolen. Ein Scharfschütz. Suche bessere Schusslinie, bin schussbereit. Ziel verloren. Tango getroffen. Tango, nomadai. Verstanden, unterwegs. Hier ist ein Tango, mit dem sind es fünf. Ziel erfasst. Roger, ich gehe in Position. Lass mich in Position gehen. Roger, Ziel markiert. Bereit, auf deinen Befehl. Entsichert, hab ihn. Okay, aufatmen. Verstanden, unterwegs. Verstanden, unterwegs. Suche eine bessere Schusslinie. Hab das Ziel. Auf dein Zeichen, Boss. Einer weniger. Sauber. Seid ihr okay? Einer. Trockền. Einer weniger. Einer weniger. Er 89. Vier 5. Es hört. Verstanden, Army nicht. Daral 35. Missiger wird zur Verfügung. Ich fahre. 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 Ich fahre.